In der letzten Nacht, daheim war ziemlich turbulent, du hast dich nur verschwert von dir gesetzt. Doch für den Fortschritt würdest du einfach alles tun. Ein letzter Kuss, ein Blick auf deine Uhr, der nur echt schwer, der Zug nach Balkon. Wenn du wohl vor Spezialisten wachst, bin ich jetzt im Blech jetzt gut.